Und noch eine Frage, diesmal zu unseren Seifen wieder. Kann ich die Seife Engelslöckchen bei einem Epileptiker verwenden? Kommt drauf an. Das ist meine Lieblingsantwort bei Epileptikern und Allergikern. Wenn man weiß, was die Anfälle auslöst und ausschließen kann, dass es Duftstoffe oder ätherische Öle sind, weil es zum Beispiel Anfälle aus Stress oder aus Lichtreflexen oder was auch immer ist, dann kann man die nehmen. Kein Problem. Da ist nämlich Zitronenöl drin. Da ist einfach ein ätherisches Öl mit drin. Wenn man das nicht ausschließen kann, oder man ist sich sicher, Kräuter sind schon mal ein Problem, oder Duftstoffe, vermuten wir, dass der darauf reagiert, dann isst man bei den Seifen Dreckspatz und Stinkerchen, weil die sind komplett ohne ätherische Öle. Die kann man dann nehmen.